Ja, haben wir zwei Freistunden, nehmt man einfach auf. Yeah. Aha, 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 ahem. Iron Duke, du bist nur ein hässliches Scheißopfer. Ich lass dich zerhackt zurück, so wie Anakin Skywalker. Und was du nur laberst, diese verblödete Gammelscheiße. Ich muss dich leider stoppen, wie rötliche Ampelzeichen. Ich bitte die Lines und gebe den Leicht. Den Dicke, den Pussy, du billige Nutte. Was für seine Mache verpeilte, den Fisch. Und jetzt der Ficke, die Kippe, die Schwuchtel. Ey, yo, Bitch. Für dich wäre das Maulhalten besser, denn man kann mich nicht fickeln. Mit deinen Kaulquappen schwächen. Ey, diesen sauarmen Bengel, wer die Sterbe misshandelt. Ich komm jetzt fertig, sich Waffen und sie sterben wie Schlappen. Nur paar hässliche Affen, die keine Lebenszeichen geben. Die voll wack und weak sind, aber von Gegenteilen reden. Und ey, mein Anblick deiner Radiofresse. Wird klar, dass deine Richtung nach rechts geht, wie Mario Level. Content is light, aber fast so, du weißt, ich hatte den Domen. Comedy-Style, also bitte bewässert, was dir getan. Aber ich glaube, du oft verdroffst dir, du Scheiße, ne? Ja. Ja. Auf, Auf. Untertitelung des ZDF, 2020